moin moin und herzlich willkommen zur folge 111 von fallout 4 dogmeet am start wir holen uns den runner und werden mal sehen wie wir hier vorankommen dass wir das institut langsam mal auseinander nehmen ok der erste schuss heute ging mal daneben der zweite hat gesessen dogmeet was los du solltest doch den vögeln hier in die eier beißen da musste halst du reich bestimmt schon nämlich trotzdem mit hier liegt ja schon einer dogmeet wird gebrutzelt restes auge noch da oben ja für die trophäe müssen wir noch unbedingt 50 insgesamt terminals hacken was los hier mit mir heute so das war's das ist erstmal gesperrt ich habe gesagt ich kriege das automatisch hin aber nee so noch ein versuch so noch ein versuch so noch ein versuch So, man kann nämlich irgendwie mit den Klammern hier eine offene und geschlossene Klammer verkehrte Einträge löschen. Wo haben wir denn hier noch? Äh. Cool. Okay. Scheinwerfer, Turmsteuerung. Deaktivieren. So. Zollstock. Brauchen wir nicht. Wir benötigen Munition. Munition. Okay. So. Und offen. Ach ja, siehst du, Jet und sowas haben wir ja auch noch. Ah, ein Experten-Safe. Und das wär's. So machen das die Experten. Was haben wir hier? Ach, 27 bringt nichts. Die können sie behalten. Hm? Oh, das ist doch exakt. Ich... Ich wollte ihm eigentlich einen Stimpack geben. So, Nini, bleib mal schön hier. So, Nini, bleib mal. So, und auch schnell mal zur anderen Seite. Ja, Putzmittel nehme ich mit. Den günstigen Kleber auch. Und brechen schnell mal eine Haarklammer ab. Na, los. Na. Na. Aber jetzt. Ah, für Klebeband. So, haben wir hier nicht noch eine schöne Blechdose für mich hier. Und, was da? Okay. Was kann ich denn hier auf den Zinsen? Was kann ich denn hier runtergehen, dieses Geräusch von den Geschütztürmen? Ein Lösungsmittel. Zuerst habe ich gedacht, da liegt ein Heft. So, komm mal rein hier. Den Runner machen wir alle. Was kann ich denn hier runtergehen? Was kann ich denn hier runtergehen? Was kann ich denn hier von hinten anfällt? Wow, Salesboy. Golduhr, Superkleber. Ne, Malpinsel lassen wir mal. Hab keine Lust zu malen. Hab er Lust, ein paar... Runner umzunieten. So, okay. Zu gut geschützt. Verdammte Axt. Da kommen wir nicht rein. Scheiße. Geschafft. Ja, Fusionskern. Klasse. Unseren Brenner, so einen Scheiß brauchen wir jetzt nicht. Oh, Red Eggs. Das nehmen wir mit. So, jetzt muss ich mich nochmal kurz orientieren. Und da sind wir gekommen. Ja, hier geht's. Nach oben. Ich kenne das Passwort. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott. Nein. Dann bitte. Das musst du nicht tun. Bitte. Dann bitte. Eins nicht sprach. Das sind die Wahrheit. Das wäre toll hier. confidently Еst zu lassen. Das wäre nicht hart. Nicht gut herauszufours. So, da gab es nicht, ä nicht zu veinen. Dann fang ее heraus. Da sage die Tryger Salen ausgatt Joy Mensch, Und da reine ich mir. Das habe ich vermuta. Untersuchungs Sickensahr weig her妙. Die Türpräume sind übervis或者 D Totally. In Scientific domain ist eine ArtSAlle. Wo haben wir hier noch so eine Scheiß-Klammer? Das wenigstens. So, die Tür ist offen. Oh Mann. Ja, kann passieren, ne? Kann ja mit Asen mit den Dingern, hab ja genug. So, Olli, jetzt mal hier ein bisschen Konzentration bitte. So, funktioniert's. Cool. Ach komm, ich mach mal auch auf. Oh, hier sind kaum Klammer. Oh Mann ey. Verdammte Axt. Wie schön. So, trotzdem aufbekommen. Aber völlig umsonst. Hier ist nix drin. Hoffentlich zählt der Terminal als gehackt für unsere Trophäe. Da liegt ne abgemurkste Sau. Oh. 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 Gehen wir mit, falls wir wieder ein paar Betten bauen müssen. Lecker Rattengift! Lecker Rattengift! So, was ist niemand für eine Knarre? Ach, wir bleiben bei dir hier. Du da, komm her! Bist du wegen der Sünd hier? Z-247, zurücksetzen auf Werkseinstellung. Autorisierungscode ZA-53-Kilo. Woher, wusstest du? Ich könnte dir ein wenig Hilfe gebrauchen. Nein, wer macht denn sowas? Den Haut kann ich nicht knacken. Scheibenhonig. Den Code bekomme ich nicht geknackt. Runnership. Ah, Jägerhund gejagter Trophäe. Hier drüben! Runner-Uniformen, nehmen wir mal mit. Ähm, Dogmeat, komm mal her. Hey! Hey! Was hab ich denn für einen Haufen Scheiß mit hier heute? Haha, ist ja unglaublich. So, die wäre es nicht, sondern Schrott kriegst du erstmal ein bisschen was. Hier, zack. Ja, tut mir leid, ich krieg euch hier nicht raus. Hi! Wenn du mich umbringen willst, nur zu. Ach, ihr seid doch. Dusselig. So, Passwort gefunden. Na los, ein bisschen schneller jetzt hier. So, nochmal die Tür öffnen. Gern geschehen. Na? Ah, jetzt kann ich mit dir reden. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Ich krieg hier ja laufend Kommentare, weil ich mit der Kamera, äh, die nur gesteuert kriege, wenn ich bei Twitch übertrage. Aber ich will hier, äh, 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 ich will euch nicht mit dem Twitch-Kram-Nabelästchen beim Aufnehmen. und einer guckt zu und ballert mich mit Kommentaren voll. So, gern geschehen, hab ich doch gesagt. Du brauchst nichts sagen. Gern geschehen. Meine Institutsbezeichnung ist K-1-98, aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Sünd, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Männer schicken, aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt, aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Hallo. Bitte, nicht wehtun. Nein, keine Sorge. Oh, noch ein dicker Fatman. Jetzt bin ich vollgeknallt bis oben hin. Nee, ich kann mich noch bewegen. Yippie. Hätte ich doch vielleicht erst unten reingehen sollen irgendwo. Sorry, ich habe die Kommentarfunktion hier ausgeschaltet. So, okay. So, bitte. Schneller laden. Jetzt mal abfeuern. Spannung. Spannung. Mann ohne Gesicht. Wo sind wir denn hier? So. Einmal Boston von ganz weit oben. Ach ja, halt mal. Ähm, bevor ich es vergesse. Schnell mal hier. Stärke nicht, nicht, sondern Rüstmeister. So. Das Ding ist erledigt. Wir können wieder reingehen. So, und an der Stelle war es das für die Folge 111. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Und freue mich, wenn ihr bei 212 mit dabei seid. Und wir sind special. Ja, alles klar. So, an der Stelle mache ich mal ein Speicherchen. Und in der nächsten Runde gehen wir hier rein in den Aufzug. Bis dahin. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss, euer Olli. Tschüss.